So moin Leute, kleines Infovideo in alter Manier und zwar werden der Peric und ich am Freitag, den 27. Juni diesen Jahres ein kleines Fantreffen machen. Wie ihr alle wisst, sind wir ja immer jede Woche von Donnerstag und Freitag in Berlin und helfen da bei der deutschen LCS Übertragung. Und danach würden wir Freitag uns in eine Bar begeben, die in Berlin-Spandau ist. Die heißt Plan B. Ich habe hier mal Google Maps aufgerufen, der gerade nicht so viel lädt. Das ist ja klasse. Ach, da gibt es einfach nichts. Okay. Ja, Plan B hier. Links in der Beschreibung. Adresse auch. Ich habe hier nochmal eine Street View. Das ist das Ganze. Ist natürlich jetzt am Tag und das sieht ein bisschen aus wie... Naja. Ja, wie kommt ihr da hin? Also entweder organisiert ihr euch das selbst, indem, wie gesagt, ich habe hier die Adresse in der Beschreibung und Link von Google Maps auch und so weiter. Ähm, ansonsten. Was ist hier jetzt nochmal? Satellitenansicht. Wenn ihr von weiter weg kommt, ja? Also man kann mit dem Bus hinfahren. Das könnt ihr euch dann auch selber rausholen. Hier ist eine Bushaltestelle irgendwo. Da. Ähm, ansonsten. Diese fette Wilhelmstraße, ja? Ja. Die nächste U-Bahn-Station ist... Also ihr geht die Straße immer weiter nach Norden. Und hier ist der Spandauer Bahnhof. Wenn ihr von weiter weg kommt, weiß ich ja nicht. Aber das ist, denke ich, auch so ein Knackpunkt. Und hier ist eine U-Bahn-Station. Da fängt die... Äh, da fährt die U7 lang. Ja? Und da könnt ihr euch in den Bus einsteigen und hier langfahren. Ich weiß ja genau welchen und ne... Müsst ihr selber schauen. Aber ansonsten, wenn ihr mit der Bahn, äh, mit der U-Bahn da hinkommt, aussteigen. Fette Wilhelmstraße. Richtung zum Bahnhof hin. Unter der Brücke durch. Und da geht ihr zu Fuß. Wir sind eine Viertelstunde gegangen. Immer weiter. Immer weiter. Dann kommt irgendwann Obi-Markt. Genau hier. Obi-Markt. Hier ist noch so ein kleiner Donut... Äh, Dunkin Donut Laden. Immer weiter. Und dann kommt hier ein Sportplatz. Sieht man gar nicht so wegen den Bäumen, glaube ich. Und auf der linken Seite seht ihr dann Plan B. Da ist der Sportplatz. Da. Und auf der linken Seite Plan B. Steht ja auch dran. Ist ne... Kleine Jugendbar. Ja. Aber wo wir da waren... Ist halt ein großer Raum, unter anderem. Es gibt ne Bar. Und dann einen großen Raum. Mit ordentlich Sofas. Und das ist schon cool. Ist jetzt nicht so schickimicki oder... Ne? Ist halt so eine Jugendbar. Bisschen ranzig, wenn man sich anstellt. Aber... Bier und so. Alles ultra günstig. Und, äh... Ja. Freitag. Nach der Show. Wir werden vielleicht ein bisschen früher gehen. Müssen wir mal gucken. Aber ich hab dem Parryl gesagt so... Klingt jetzt für euch wahrscheinlich ultra spät. Aber wie gesagt, nach der Show 23.30 Uhr so. Müssten wir schaffen. Aber ich sag mal so, ab 23.00 Uhr kann man sich da einfinden. Ich weiß nicht genau, wann wir kommen. Ihr... Wenn ihr den Stream verfolgt, kriegt ihr das ja auch mit. Falls ihr aus der Nähe kommt. Ähm... Ansonsten, ja. Also wir werden auf jeden Fall da sein. Frühstens 23.00 Uhr. Spätestens 24.00 Uhr. Denke ich. Und, äh... Ja. Ich hoffe, ich hab das ganz gut erklärt. Ich hoffe, ihr kriegt das hin. Wie gesagt, Adresse und alles in der Beschreibung. Da könnt ihr auch nochmal selber dann genauer bei Google Maps und Google... Äh... Straßen an sich und was weiß ich. Bin sehr gespannt, wie viele kommen. Ob überhaupt wer kommt. Oder, wenn welche kommen, wie viele sein werden. Fünf oder ein paar mehr. Weiß man ja nicht. Ist halt spät. Ist zwar Freitag, aber ist spät. Und so eine Bar ist ja auch... Leider, leider... Ab... 18? Oder ab 16. Ist schon so lange her, dass ich mich damit befassen musste. Ja. Egal. Ich hoffe, ihr erscheint zahlreich. Umso mehr, umso besser. Und wir sehen uns dann... Diesen Freitagabend... Am... 27. Juni diesen Jahres... Um frühestens 23 Uhr... Spätestens 24 Uhr. Bis denn.